hallo und herzlich willkommen bei einer neuen weekly inspiration mir pia bauer ich bin mein body und soul coach und mindful business trainerin und ich helfe dir wieder zurück in ein erfülltes leben aus dem innen ich komme gerade von fünf glaube ich sechs fünf sechs tagen auszeit die ich mir mal gegönnt habe denn ich habe ziemlich viele termine muss ich sagen einmal zwischen bits und pretzels auf der bühne stehen nicht neben obama aber auf der gleichen konferenz und heute schon wieder ein fort zwei vorträge gehabt am wochenende ist yoga konferenz auf der ich auch was mache also sind zwischendrin zig coachings also es ist echt viel los und ich wurde auf instagram gefragt und da habe ich auch letztes letzte woche schon viel dazu erwähnt nämlich warum wir pausen brauchen mehren der arbeit und ja jetzt wurde ich dir gefragt warum brauche ich denn überhaupt eine ganze auszeit warum es so wichtig ist eine ganze auszeit für mich mal zu nehmen und ich habe es auch selbst im eigenen leib gemerkt ich war so im tun und machen und im tunnel dass ich gemerkt dass ich jetzt am fünften tag auf einmal gemerkt habe wie mein ganzer körper so eine pause sich selbst geholt hat ich bin jemand der ziemlich aktiv ist und mir schon meine pausen gönne aber ich habe jetzt gemerkt dass doch mein körper erst mal so richtig runter gefahren ist und ich hätte nur am strand liegen können die augen zu haben können so ja bisschen erschöpft habe ich mich doch auch gefühlt aber ich möchte dir auch die tipps mitgeben warum es so wichtig ist auszeiten zu nehmen und ich habe hier immer so mein schloss buch deswegen schaue ich da auch immer noch mal rein damit ich auch alles sage was ich dir sage sagen möchte wichtig ist es auszeiten generell zu nehmen denn wir möchten ja auch an lang long term goals arbeiten und nicht an short term goals und short term bedeutet immer wir tun machen wir tun und machen aber langfristige ziele und langfristige sage ich mal nicht nur ziele sondern visionen wo wir hinkommen möchten die brauchen ein bisschen verarbeitungszeit und wenn wir immer nur in dem in den short term zielen sind in den kurzfristigen dingen und machen 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 haben wir keine zeit uns mal runter zu fahren und zu setteln es ist natürlich auch so wenn wir ongoing arbeiten haben wir ongoing und ich sage ongoing weil ich finde es einfach ein schöneres wort als im deutschen und ihr wisst dass ich immer denglisch rede und das bin ich einfach wir haben die ganze zeit das andere wort die ganze zeit schütten wir stresshormone aus es gibt im inneren wir sind in so einem trott und wir wissen dass wir 80 prozent unsere gedanken und unsere gefühle jeden tag die selben sind wie am tag davor das heißt wir können uns schon konditionieren aber irgendwann mal reicht es dem körper auch körperlich gibt es uns ein zeichen mal wirklich runter zu fahren denn cortisol kann auf langfristige zeit das ist ein stresshormon schädlich sein wenn es ständig ausgeschüttet wird und wir von der arbeit zum joggen gehen joggen ist gut fürs manchmal fürs gehirn aber es ist immer noch ein stresshormon was da ausgeschüttet wird oder in den hit kurs oder sonst irgendwo hin was power 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 braucht und wenn ich mal aktiv runterfahren und schlafen ist keine aktive entspannung ganz wichtig und wichtig ist auch das hat man auch rausgefunden rest bevor you get tired also man hat gesehen bevor du müde wirst und das ist auch eine art von prävention bevor du müde wirst geh schlafen denn dann komm bist du nicht schon erst an diesem unteren punkt angelangt sondern du bist dann angelangt weil du dich schneller recovern kannst das kennst du doch auch sicher vom rücken wenn du von den rückenschmerzen jeder rennt zum physiotherapeut und zum orthopäden wenn sie dann schon da sind und die wird vorgebetet dass du bitte präventiv rücken übungen machen sollst damit dein rücken gesund bleibt und dementsprechend ist das gleiche mit der meditation das ist das gleiche wenn du hauszeiten brauchst nimm dir deine pausen nicht erst wenn du ganz unten am boden bist sondern präventiv um davor schon sozusagen wieder dich auf dein energie level hochfahren kannst auf dem du eigentlich bist wichtig ist es wenn wir nur noch in diesem execution mode sind dass wir in so einen tunnel kommen wir können ganz schlecht dann auch nur noch in diesem tun 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 nach rechts und links schauen und wir sehen einfach nicht mehr was ist da eigentlich los um mal so eine pause zu nehmen und auch mal wieder die dinge zetteln zu lassen um wirklich noch mal zu überlegen was ist jetzt eigentlich meine vision weil denn wir können uns im tun und machen verlieren an den kleinen dingen das vorher schon erlebt haben und wir kommen in so einen tunnel denke und du musst aus diesem tunnel rauskommen um letztendlich dein view deine sicht wieder zu expandieren man weiß dass das man wenn wir zum beispiel in zehn tage urlaub nimmt dass wir dass wir die ersten vier fünf tage immer noch in diesem tun modus sind das heißt es wird immer noch reflektiert und überlegt was könnte ich noch tun und machen ich habe das jetzt auch im urlaub gemerkt die ersten tage war ich immer noch so am laptop die erst zwei drei und irgendwann mal hatte ich dann überhaupt keine lust mehr und ich habe auch kein sonntagsvideo gedreht weil ich erst dachte ich so jetzt mache ich noch nee es war irgendwann mal war ich an diesem punkt wo ich einfach überhaupt keine lust hatte nicht dass ich es nicht liebe sondern einfach weil ich keine energie hatte es nachher zu schneiden und zu tun machen und es einfach zu verarbeiten und hochzustellen das sind extrem viele schritte dahinter also du siehst es natürlich jetzt nur als fertiges produkt aber dahinter steht natürlich viel arbeit und ich hatte auch einfach gar keine ideen was ich machen soll und das auch der zweite punkt ideen brauchen zeit ideen müssen verarbeitet werden und ich war einfach irgendwie richtig leer denn ich habe tausend dinge die ich dir erzählen kann wenn ich gefragt werde kann ich auch alles beantworten aber ich dachte selbst ich weiß es nicht was ich über was ich jetzt schon wieder reden soll deswegen danke auch an die liebe kathrin die diese frage gestellt hat mit der auszeit unsere ideen unsere langfristigen ideen unsere kreativen ideen brauchen zeit um verarbeitet zu werden und das ist ein ganz wichtiger punkt den ich auch schon im pausenvideo gesagt habe und manchmal brauchen die ein bisschen länger denn kurzfristig können wir schnell auch wieder den fokus finden aber langfristige große ideen und wir sind menschen die immer wieder tun und machen wollen die dinge kreieren wollen brauchen zeit um verarbeitet zu werden und alle menschen die eigentlich ideen haben kommen oft nicht zum tun weil sie immer im tun sind verstehst du was ich mein du kommst nicht ins tun weil du immer im tun bist und deswegen wird die große idee weil sie vielleicht ein bisschen komplexer ist auch weggeschoben das heißt gibt gibt yourself time ganz wichtig und dazu kommt natürlich auch dass dann so sorgen und ängste auch hochkommen brauche ich das wirklich braucht ihr braucht die welt ist dass ich das dass ich diese idee hier hab und dann schiebt man sie wieder weg und dann gehen wir wieder ins tun das ist das was meistens passiert der nächste punkt ist du bist nicht dein job viele von uns denken alles was ich brauche ich brauche eine auszeit um meinen job zu machen ich brauche eine auszeit um eine pause von meinem job zu bekommen damit ich wieder durchatmen kann du kannst dir immer wieder auch kleine auszeiten nehmen und es ist ganz wichtig am ende deines lebens schaust du zurück und du bist nicht nur dein job du bist deine freunde du hast zeit mit einer familie verbracht du hattest hobbys die dir gefallen haben auszeiten brauchen wir um genau diese dinge zu etablieren die uns freude bringen und der job soll uns natürlich freude bringen wenn wir in unserer stärke in unseren werten arbeiten wenn wir unseren purpose haben aber letztendlich wenn das was du außerhalb deines jobs hast deine freunde deine familie deine verbindungen deine kommunikation das team die dein hobby das tanzen das wandern ich nehme jetzt meine yoga das ist das was letztendlich uns verbindet mit uns selbst und diese freude bringt und deswegen sind die auszeiten so extrem wichtig wer bist du ohne deinen job wer bist du wenn du gefragt wirst ohne deinen job denn wenn wir gefragt werden was machst du dann antworten wir meistens mit unserem job und diese zeiten ob das sind einmal am tag ist oder ob du auch die meine woche yoga retreat nimmst oder basketball camp oder reisen was weiß ich das sind die zeiten die uns so viel wachsen lassen denn es da machen wir mal die dinge anders als sonst und da kommen diese ganzen kulturen die menschen dazu die uns so bereichern können und der letzte punkt den habe ich auch schon einmal erwähnt ist wir als menschen sind hier um dinge zu kreieren ja wir brauchen pausen aber aus unserem und wir brauchen veränderung und wir wollen veränderung denn wir wollen alle wachsen aber oft halten uns selbst davon ab von unseren eigenen grenzen unserer eigenen komfortzone die wir uns setzen und irgendwann werden wir gelangweilt in unserer komfortzone zu sein denn unsere routinen werden ganz normal und irgendwann mal wird es langweilig auch immer die gleichen dinge zu tun um dann wieder in diese ideen zu kommen um wieder spaß und motivation zu haben freude an der sache brauchen wir auch wiederum diese auszeit und sei es nur am wochenende wo du einfach mal runter fährst um wieder mit voller energie und elan am montag oder nach drei wochen pause oder zwei wochen oder eine woche pause wieder rein zu kommen und zu sagen ja dafür bin ich da und da ist auch noch der letzte punkt nutz auch mal die auszeiten um mal über dich zu reflektieren who are you who are you was sind deine stärken was sind deine werte was ist das was ich eigentlich hier auf dieser erde mache und tue was ist das was sozusagen für den für den größeren sinn hier beiträgt der gesellschaft denn das ist das letztendlich was uns glücklich macht einer der sieben schlüssel von happiness ist give and empower das heißt ich gebe raus und ich empower others und das ist wirklich das was uns im höchsten maße glücklich machen kann und dementsprechend starte erstmal bei dir selbst nimm dir eine auszeit und kommt dann wieder raus um für die anderen dein bestes selbst zu sein welcher tipp hat dir am besten geholfen kommentiert mal unten ich würde mich extrem freuen und wenn du dich noch nicht für die free coaching session angemeldet hast oder free free coaching session angemeldet hast dann kannst du das jetzt tun auf pia bauer.de slash coaching call hier schauen wir uns mal dein leben an und warum du dir vielleicht keine auszeiten nimmst und letztendlich schauen wir ob auch eine zusammenarbeit passen könnte wenn dir das noch zu schnell ist dann melde dich für den acht tage free coaching kurs an acht e mails um deine innere gelassenheit und innere ruhe zu finden bis dahin wünscht dir eine tolle woche alles liebe deine pia tschüss